Aber wer hatte dann das Schild? Ich hab's denn dann hier. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Schon wieder das Geld. Sehr Geldlastig heute, ne? Da wird gleich ein Kill fallen. Ich merk mir direkt mal, wer bei mir ist. Wir reporten mal direkt, weißt du wer es war? Äh, gelb? Ich dachte ich hab reportet. Aber wie kann Oberbayer sterben, wenn er vorhin als erstes Mut war? Stopp, stopp, darf ich kurz? Flask, vor 10 Sekunden war jemand bei dir, der versucht dich zu killen. Ach, das war Tim. Okay, dann ist gelb richtig. Katastrophe. Ich dachte mir so geil, Tim hat mich extra nicht getötet, weil er mich gern hat. Tschüss, Tim. Hau rein, Gelb. Was ist jetzt passiert? Ah, er wurde auf Tarkal gegessen wahrscheinlich. Da geh ich auch davon aus. Ich geh nicht davon aus, dass er Gesser ist und irgendwen versucht hat mitzunehmen. Nee, da hätt er auf jeden Fall, er hätt auf jeden Fall den Medic genommen. Aber warum, aber warum sollte ihn jetzt einer, also er wär ja eh geflogen. Soll ich fragen, warum solltest du das jetzt... Damit wir dich jetzt voten können. Naja, warum denn nicht? Das ist ja die Sache. Warum nicht? Wie, warum nicht? Ja, ich hätt's auch nicht gemacht. Vor allem mit Jakarta, weil das ja schön viel Killing Power ist eigentlich. Wenn man ihn so ein bisschen... Hey, aber wir hätten jetzt alle Tim gevotet und du hättest doch im letzten Moment guessen können. Ja. Das stimmt, aber das macht ja nicht jeder so. Bist du wieder Engineer? Bist du der Gesser? Bist du der Gesser? Nein! Ich bin... Nein! Also die Witch hat schon sehr lange nicht... Aus der nettesten, freundlichsten Intention heraus. Ich glaube die Witch hat lange nicht den Freund. Ich verrate meine Rolle nicht. Jetzt anscheinend wollen die Leute doch schießen. Ich bin Snitch. Na gut. Okay, Evil Guesser. Ähm... Medic hast du. Ähm... Lumentis Shifter. Da du das Engineer. Ich bin Timehacer. Aber alles könnte gelogen sein. Ich bin Time Master. Ich guck den so gerne. Ja. Okay, das ist in Ordnung. Franzi. Warum ist Franzi jetzt tot? Moment, Moment, Moment. Da... Eieieieiei... Eieiei... Eieieieie... Eieieiei... Eieieiei... Da gibt's nicht so viele die das machen. Das ist aber lustig. War Franzis Evil Guesser? Das ist die Preisfrage, natürlich. Alles dreht sich nur darum, ob Franz die Evil Gäste war. Eine Leiche liegt hier. Das ist interessant, ne? Eigentlich gar nicht. Sakuri und Lumenti kann ich rausnehmen, glaube ich. Und da ist noch jemand. Weiß aber nicht, wer das war. Liegt Reaktor wahrscheinlich. Ich bin das Elektro-Kriegelaufen. Hallo. Wieder Teste? Ciao. It's me, your Opferlam. Ich habe Terste in Electrical gefunden. Und ja, ich habe gerade nur Plast and Storage gesehen. Sonst habe ich die ganze Runde niemand gesehen, weil es dunkel war. Da kann ich Jeff und Julie gut rausnehmen. Oder nur, falls ich sterbe. Also nicht, dass das hier schnell genug passiert. Noch irgendjemand war da. Ich bin Nice-Guessler und ich würde gerne meinen Schuss am Evil-Guessler machen, weil da fallen mir nur zwei Leute für einen, weder Jeff oder Idem. Also Jeff würde ich auf gar keinen Fall abschießen, in dem Fall. Dann eher Idem, ja. Dann versuche ich es auf Idem. Ja. Auf Idem. Ich muss nochmal gucken. Ja. Drei, zwei, eins. Das Lachen finde ich war... Willst du mich reinbaiten? Ich versuche es. Nein, ich will dich nicht reinbaiten. Ja, doch, ich mache es. Natürlich will ich dich reinbaiten. Let's go. Ich mache es auch. In drei, zwei... Okay, ich auch. Warte. Ich auch. Let's go! Ich war am Admin-Table, der Punkt in Electrical, der war schon da die ganze Zeit. Und dann ist Lumi reingelaufen. Lumi habe ich in Storage gesehen. Lumi ist raus, Sakuri ist auch raus. Und irgendeine dritte Person ist gerade noch durch Storage durchgelaufen. Ich weiß aber nicht, wer das war. Julie ist raus, ich bin raus. Ja, du, jetzt komm schon. Ja, sind wir alle einfach raus, oder? Ja, du, mach schon. Aber... Letztens, wo warst du denn gerade? Das kann ja auch mal passieren, so über Kabeln und so, ne? Items, wo warst du denn gerade? Oh, ihr in Reaktor. Ah, das stimmt. Ja? Ja. Ich stehe am Simon Says. Du hast Electrical getötet, bist in Security reingewendet und dann nach links gelaufen. Ja, das war gestern, als ich vorher noch in Camps gegangen bin, gewartet hab, dann gesehen hab, mein Kill-Cooldown geht nicht runter, ist auf 22 Sekunden hängen geblieben, dann bin ich zu Simon Says gegangen, um zu faken. Aber ja. Das kann nicht sein, ich bin Zier und so alt ist der Kill gar nicht. Doch, das ist wirklich genau so gewesen. Also, ich... Ich wollte ihn lieber. Lalo, du bist leider nicht gut gestern, das ist das Problem. Warum? Wie kommst du drauf? Weil du mich baiten würdest. Aber du bist ja auch... Der letzte Killer, na? Du bist ja der einzige, der noch da ist. Oh, warte mal. Hä? Oh! Ihr Schweine! Nein! Ich hab vergessen zu voten. Ich bin übrigens Snitch gewesen. Er war ja wirklich so gegessen. Ja, ich war wirklich Snitch, ich hab die weit gesagt. Hey! Meine Rolle ist weg. Ich hab eh schon wieder vergessen, wenn ich was hier. Sakuri oder Lumenti haben wahrscheinlich geschifftet. Ich glaube eher Lumi, oder? Ich glaube Lumi. Und Items sind wirklich getötet. Sprich, wir haben keine Ahnung, wer... Hey! Hey! Lumi ist tot. Wo liegt sie? In Reaktor. Okay. Jeff ist mir gerade in Cafeteria entgegengekommen, aber der kam von unten hoch. Das hat meine letzte Taste in Elektro-Kir gemacht. Für mich ist es, muss Sekuri oder Julie sein, alle von beiden. Was? Warum nicht? Ich hab gar nichts gemacht. Lesbredetisch könnte es auch sein. Ich neige dazu, gerne Killer ein Schild zu geben. Jetzt musst du noch Jeff einmal nennen und dann hast du alle. Genau. Voldemort fehlt noch. Aber warum hat Items dich nicht einfach rausgegast? Das verstehe ich gar nicht. Ja, weil ich... Darum sage ich ja, es könnte doch sein, dass du der Gäste bist. Der böse Gäste. Man muss mit Voldemort gehen. Was hätte ich denn auf Items gegast? Wir wissen ja gar nicht, was die zweite Imposterrolle ist. Hat er mir ja nicht gesagt. Wie kann man ihn rausgegasten, wenn ich keine Ahnung habe, was er ist? Warum soll er den Medic rausgegasten, wenn du sein Mate bist, das geschildert ist? Bin ich aber nicht. Ich bin euer Mate. Euer Crewmate. Okay. Crewmate. Wie schreibt man das dann? Franzi... Ich hab erraten, dass Franzi Schifter ist, glaube ich. Die hat mich einfach... Die hat mir eine Rolle geklaut. Mhm. Oder war das jemand anderes? Das kann auch sein. Also die letzten... Egal. Immer, wenn ein Kill gefallen ist und so, konnte mich eigentlich immer jemand rausnehmen. Aber wo warten wir? Ich war... Ja, der Reaktor, ich bin reportet. Ich meine, er... In der letzten Runde waren wir Cockpit. Jetzt bin ich... Bin gerade über Upper Engine und bin gerade jetzt in Security reingelaufen. Ich vote mal, was ich vermute. Voldemort, du hast doch alle vermutet. Ja, ich nehme eine Mu und dann bist du... Oh, schade. Nee. Jeff, wie gesagt, Jeff kam gerade irgendwo aus Storage hoch oder aus Admin. Keine Ahnung, es kam von unten in die Cafeterie rein. Ich kam von rechts. Was? Ich verstehe jetzt auch nicht. Ich auch nicht. Bei dem einen Kill war sie letzte Runde beim... Ja, der Mea hat halt drauf gewohnt. Schau mal, ja. Oh, shit. Was? Ah, war richtig. EG. Es war eine schöne Runde. War wunderschön, Alter. Ich habe das heute nicht mehr Fläsch. Das ist unheimlich. Althams, hast du dich nicht getraut, auf mich zu gessen? Ich hatte gesagt, dass ich Slitch bin. Hallo. Du hast gesagt, dass du... Also, beziehungsweise du hast den Good Gesser ausgespielt. Nein, da waren die erste Runde, als mir die Rolle... Als ich gesagt habe, einen Moment hat mich gefragt, ob ich wieder engineer bin. Dann habe ich gesagt, ich bin nicht engineer. Ach so, habe ich gar nicht mitgenommen in den Moment, weil ich viel zu sehr darauf fixiert war, dass ich halt in jeder Zeit einen Jackal-Kill vor meiner Fresse gesehen habe. Ja, alles gut. Also, das ist ganz wichtig. Du versuchst bei mir auch noch. Was soll ich... Äh, da du, ne? Ich musste irgendjemanden... Einfach weg. Du hattest einen Skip-Button. Das war kein... Ja, äh... Nee, den Skip-Button kannst du theoretisch am Ende nicht spammen. Lumi, ich schwöre dir, dein Stream ist aus, ja? Versprochen. Ich glaube, ja. Einer muss ja den Smegi machen. Glaube ich nicht. I doubt it.